recht herzlich willkommen zur 156 folge von simo tranz ja letztes mal mal hier busse aufgerufen habe die glaube alle ins minus gefahren sind da brauchen wir gar nicht diskutieren die waren alle schäbig auf deutsch gesagt und ja was machen wir hatten doch die idee halt die zwei vom ost bis zum bahnhof hier unten fahren zu lassen und ja das war die einzige idee die ich noch hatte na das bedeutet wir ändern die linie und ich glaube die bellenweg war der wechselbahnhof ostdeutsches rathaus das war da oben das bedeutet wir machen mal hier einfügen und zwar hier unten und nehmen die bellenweg weg den löschen wir dann fahren die dann da hoch ne er bringt das noch was das ist der das ist der andere beide vom osten ne und dann haben wir die beiden noch vom west machen wir den zu schaufeln wir mal ratieren die waren beide minus ein der ist noch knapp im plus und der fährt auch minus ein die sind total teuer sozusagen jetzt wäre noch zu gucken wie verschluckt es wäre noch zu gucken ob es einen alternativen bus gibt der günstiger wäre aber 68 pasierer 290 pasierer irgendwie ja glaube ich auch nicht daran dass das besser ist 392 der kilometer und hier sind 589 der kilometer jetzt müsste man das mal durch die anzahl der passagiere zählen dann würde man da vielleicht irgendwie ein ergebnis bei raus bekommen was war das jetzt 392 und der hat wie viel passagiere 68 pro passagier sind das 0 0 0 0 5 7 0 0 0 5 7 6 0 0 0 5 7 6 das ist 0 0 0 6 4 also ist das auch teurer ok was haben wir hier noch für ein mit 46 oder mal zwei bei der 2,94 geteilt durch wieviel fahrgäste 46 ja dann ist der in der mitte sogar der billigere die beiden sind fast gleich teuer und der ist der günstige ja dann man tone geht er doch dahin oder was haben wir in der ost west waldeck ost und starten mal mal der koste mal hier und nicht laden jetzt hat er schon gemacht ok man kann auch gleich laden in einen das wäre cool gewesen so warte mal das sind jetzt 68 dann kaufen wir dann noch einen und setzen den noch auf waldeck ost daten und ich glaube wir machen da noch den dritten von starten den auch so und dann machen wir das gleiche nochmal aber den setzen wir dann auf waldeck west und machen wir gleich drei heraus nix fahrplan starten 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 so fertig und nicht laden und nicht laden und nicht laden nicht laden er kann schon zum depot mal leer und rein theoretisch kann ja auch gleich verkauft werden oder ausmustern so er hat noch einen drinne den können wir zumachen hier ich war noch schön durch die gegend und wir können ja das auch so machen dass wir verkaufen so ausmuster ja gut dann können wir das so machen dann haben wir den statistik ausmustern haben wir auch und details ausmustern haben wir auch sobald die leer sind sind die dann weg so da müssen wir jetzt gucken was die anderen busse machen wir fahren natürlich jetzt alle hier super hintereinander her das war eigentlich das was man vermeiden wollte der hat noch keinen passagier der ist dann auch gleich weg dann haben wir den zweiten der hat auch noch keinen passagier der dritte hat aber schon passagier ok er hat auch einen so und jetzt haben wir hier noch die drei busse das war der erste das ist der zweite und das ist der dritte so der schon voll und fährt schon plus ein der macht minus der macht minus hier unten machen sie alle minus ist klar 68 68 aber alle voll bis auf der hier jetzt aber der fährt schon plus mit keinen passagieren nein er hat schon welche gut dann gucken wir uns das ganze an ob sich das irgendwo rentiert aber wenn er schon plus fährt ist ja muss es sich ja rentieren schwarze zahlen sind immer gut er auch ja läuft oder hier die müssen noch ein paar fahrgäste mehr kriegen damit das hier ins schwarze geht 61 17 das sieht doch positiv aus hier schwarze zahlen hier wird es auch weniger hier ist ein bisschen rot jetzt wieder geworden fährt wahrscheinlich gerade irgendwo hin wo nichts los ist die roggenstraße hat gerade keine fahrgäste können auch verfolgen jetzt wird er da auch ins roggenstraße so hier wird es aber besser 96 119 161 hier geht es ok er hat gerade geld gemacht die beiden fahren jetzt ins miese unten im westlichen stadtteil läuft es nicht so positiv wie im östlichen wir waren ja beim ost auch von ausgegangen dass es positiv läuft das tut es ja eigentlich auch und die frage ob drei zu viel waren jetzt also hier unten definitiv nicht weil alle gerade voll sind ok die kommen jetzt auch gerade in die gewinn bereiche würde ich sagen obwohl er fährt jetzt gerade wieder leer das heißt da kann man minus machen macht da wieder minus hier minus da plus da minus ah komm die 5 die bringen gleich das geld oder nur einer macht hier oben jetzt plus sieht eigentlich ganz gut aus oder ich glaube schon dass sich das jetzt verbessert hat der tier 300 plus die fahren jetzt alle zum bahnhof kann das sein naja ist knapp dran gescheitert ist aber schon wieder voll ok er hat hier er macht auf jeden fall plus hier oben da in der mitte er reißt auf jeden fall die anderen beiden raus und hier unten sieht es nicht so doll aus ja das ist die frage was da unten passiert so er hat auch plus gemacht jetzt hier rechts das geht und er macht auch plus jetzt haben wir da oben schwarze zahlen hier unten in der mitte ganz knapp drinnen jetzt hier auch hier nicht naja fährt auch nicht immer voll hier oben geht es läuft 143 24 93 da oben sieht es gut aus hier unten wird es besser so er hat gerade wieder geld gemacht war kurz davor ins rote zu gehen da ist alles überfüllt hier ist bloß hier geht es er ist knapp runter hier oben ist gut läuft ne Ka-barwagen wird nicht mehr hergestellt Straßenbahnwagen Kar-Triebwagen wird wirklich mehr hergestellt Nürnberg aufgrund mal Flutz zugl存 wird Antaulat auch ausgemustert ok kümmere hier draufklicken und dann sehen wir nur das so alle velat wie what hesitant doch nicht waren hier die nache penal ugen ja aber wenn neues advisekund steht jetzt gerade hier nicht Weimmung steht bestimmt auch aber dauert nur ewig so 200 232 50 150 ich denke mal das läuft jetzt würde ich sagen das lassen wir mal so das ist alles gut buswechsel hat es gebracht man darf also nicht diesen 92 der so verlockend klingt der doppeldecker aber der bringt es gar nicht so abgedeckt ist hier alles da wird zwar neu gebaut die straße aber ist noch kein häuschen dran dann gehen wir mal weiter schauen wohl ich glaube das hat man jetzt mal gemacht oder aber können jetzt gerade hier unten nochmal bei sonderhausen gucken alles gut hier ist noch nichts passiert hier ist auch noch abgedeckt also sobald wir in einem städtchen sind wo wir busse ausbauen müssen werden wir dann vielleicht den wechsel heranbringen die vier haben wir gehen wir nach döbeln da war nix alles abgedeckt hier sieht es auch gut aus oder abgedeckt da sind zwar zwei straßen gebaut aber sonst ist alles abgedeckt radexen so abgedeckt altenau ist auch abgedeckt und redenburg ist dann noch offen riedenburg hat hier ausgebaut das bedeutet hier machen wir was ja da ist dann die überlegung wie es hier weitergeht ja da muss ich mal schauen überlegen was wir da tun ich bin mir gerade nicht sicher aber ich wollte noch darauf hin nicht hinweisen blödsinn ich hatte da noch die tante mimi die melanie schönen gruß erstmal die hatte mir noch geschrieben dass man mit der linken maustaste auch das ding ins sach schon das spiel bewegen kann und das mit der linien bezeichnung war da auch noch so ein ding das was ich ja immer irgendwie fehlen kriegen kriege also linke maustaste kannst du hier bewegen und das andere war halt eine linie umbenennen so das ist jetzt hier ja auch gerade vielleicht fakt na wie wir stationen haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 und ich glaube die fahren immer alle bis dahinten hin zum achten und neunten das sind diese beiden und das ist auch so eine geschichte wo wir überlegen sollten ob wir das überhaupt machen oder ob wir das nicht umändern hier stehen jetzt zwölf leute da stehen acht leute und es ist hier gerade kein bus unterwegs nein und wo sind sie hier war der wo einer da ist er das aus und doppeldecker und er fährt auch miese ein 11.000 sogar also hier wenn man definitiv nächste runde dann daran arbeiten würde ich sagen da wenn man diese busse auch rausschmeißen und effektivere bringen und dann überlegen ob er diese linie hier überhaupt zu lassen ja da sind 11 und 12 wieder daneben geklickt und shit und da oben ist noch einer also es waren zwei busse hier wo ich der meinung bin dass es vielleicht gar nicht so effektiv ist also wir setzen erstmal um das war definitiv ein zu sehenswürdigkeit fahren lassen der vielleicht noch hier am rad an einer mittelalterlichen kirche anhält dann zum bahnhof fährt und dann einer der hier hin fährt dass wir mal denke ich mal so machen das macht vielleicht mehr sinn dieser hier 24 macht er auch miese ist auch so ein doppeldecker gut aber dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr abonnieren würdet wenn ihr noch nicht habt und wenn euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch und wir sehen uns dann in der nächsten folge bis dann tschüss